morgen werde ich sie suchen vielleicht wollen sie mit mich wollen sie mich hier gesellschaft leisten Arrrr guck's hat sich gelohnt hier reinzugehen ja Medizin und war das? ne ok wir haben alles eingesammelt schätze ich was kann man so basteln einfach nichts ausser schon wieder so ne zuckerbombe das gibt's doch nicht ja ich bin noch gern was war das jetzt für ein schrei ich dachte zuerst werden gleich angerufen ja dachte ich auch hat aber nur geschrien so von wegen ob ich noch lebe oder so da ist schon wieder na los Halle das ist jetzt ausgerichtet ich muss jeden einzelnen rüberfahren ach nur sie soll ich rüberbringen okay dann schwimm mal schnell zurück na war ich dann hier gleich ja was ist mit mir Leute danke dass ihr gewartet habt äh das ist doch auch noch fragen können das sagt Fl yep ja ich helfe dir ja ich helfe dir Ich würde sagen jetzt halb beeindruckend. Wir sind schon Profis darin. Ja, kann man so sagen. Okay, da scheint nicht am Ende des Weges zu sein. Schade, schade. Guck mal, so Zeichnung. Oder Bild quasi. Okay, gehen wir mal rein. Ich kann ja nichts hören. Ich habe wohl mal jemanden gewohnt. Das scheint aber nicht mehr der Fall zu sein. Wer wohnt denn hier? Hausruts, Import. Ich meine, dass es kein Hund ist, der Steck hält. Urah. Important, please read. Make sure doors are locked. Ask for password, if you don't know the visitor. Was? No shouting. Run to a hiding spot when you hear the alarm. Ja, eine Knarre. Gefällt mir gut, nehme ich mit. Eine Shorty. Das ist quasi eine kürzere Shotgun. sozusagen, in Pistolenformat. Lumpel. 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 Klebopft. KBVM KQB und Ich bin hier voll. Okay. Pilchen. Bereit? Okay, mach schon. Klingend. Das heißt, ich kann ein Klinge. Dingsbums bauen. Messer habe ich. Dörters. Ja, voll. Jetzt kann ich. noch das Klebeband hier mitnehmen. Klebeband. Hast du das gesehen? So lieber leise. Okay. So ein Pseudo-Fußballplatz. Wir dürfen auch nie den richtigen gesehen haben. Unter Umständen. Geht mir doch aus dem Weg. War ich ja nicht irgendwie noch eine zweite Abzweigung? Äh, von wo komme ich? Von da, oder? Mhm. Von der Konstruhe. Oh. Hörst du das? Infizierte. Leise. Okay. Nein, ich wollte nicht den richtigen Weg laufen. Verdammt, ich hasse das. Ey, du bist nur von da weg dann. Ja, ich dachte, dass das der richtige Weg ist. Guck ihn nicht weiter. Guck doch. Ah, ich habe gemeint, hier ist irgendwo so eine Tür oder so. Okay, okay, okay. Ja, tut mir leid, tut mir leid. Ja, okay. Das ist eine Zucchini, die du eh nicht mag. Ja, die kann so gerne da rauspupeln. Nicht mal keine Zucchini, das ist was nicht so tun. Achtung! Wow! 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 Scheiße! Au! Tja, wir wissen wohl, was mit ihnen passiert ist. Dem Clicker nach zu urteilen, sind sie schon länger tot. Wir gehen weiter. Wir können überhaupt, dass es nicht noch mehr davon gibt. Das ist, glaube ich, der falsche Begriff, oder? Fraglich, ich weiß. Ich glaube, Sniper brauche ich hier. Ah, ne, das ist nicht die Sorge. Okay, okay. So, was ist hier oben? Wow! Wow! Hat er sich vergiftet? Keine Ahnung. Ach, guck mal, hier so eine Wassersammel... Steht irgendwas in der... Ja, sofort. Hier können wir einen Zettel nehmen. Regenfänger-Notiz. Hallo, warte, auch von Isch, das heißt... Hallo, Susan. Ich wollte dir nur Bescheid sagen, dass diese Regenfänger eine großartige Idee war. Ziemlich klug, Wasser sammeln zu können, ohne sich vom Fleck zu bewegen. Ich hoffe, es macht dir nichts aus, dass ich den Kindern einige Wasserpistolen gegeben habe. Selbstverständlich wurde ich den ganzen Tag über nass gespritzt. Wenn du nicht willst, dass sie sie haben, lass es mich wissen und ich nehme sie ihnen wieder weg. Wir sehen uns beim Abendessen heute Abend. Kleine Warnung am Rande, Karl macht schon wieder seinen speziellen Hackbraten-isch. Arrrr! Er konnte so ein Piratendasein nicht ablegen. Nein. Water rules. Don't leave water running. Only take what you plan on... Using. Don't leave. MS. Ah, achso, das soll MS heißen, okay. Ich bin da manchmal etwas phantasie-los. Warte, 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 da war noch was. Alkohol. Komm, da ist noch so einer, ein grün. Hm. Na super. So, yo, yo, yo. Ah, hier ist noch mehr Rules, guck mal. Ah, das sind die gleich... Ne, da, gar nicht. No weapons allowed it. No loud noises. Silence is... Silence is gold. Okay. You might be... Nein. Surged. Surged. Ja doch, surged... Etwas? Any? At any time, for any reason. Ah, ja. It wasn't fire is restricted. Wahrscheinlich open or so. Using fire is restricted. What are we here? General rules. General rules when... Entering this area. That behavior is not allowed and will be resolved in swift punish. Punish, punish, irgendwas. No fighting or rough play. No running. Oder so. Through... Irgendwie lie, lie, keine Ahnung. Ich erne, die Stelle, ich mochte nicht. Ja, die war hart. This is a secure zone. Corporation is very important. Remove your jacket or... Outerwear. Outerwear. Wieso? No personal pointed... Or sharp objects are allowed. Hallo. Zahlrädchen. Oh, hier ist noch ein... Was haben wir hier noch? Ist hier nichts mehr drin? Oh. Da liegt ein Tönnis. Ja. In der Klemmernotiz. Von Kyle, das kannst du lesen. Wir sind gefangen. Wahrscheinlich sind alle tot. Einige von den Kleinen sind bei mir. Die Infizierten stehen vor unserer Tür. Ich weiß nicht, wie lange wir es noch aushalten. Wenn ich und die anderen am Leben sind, können sie uns vielleicht erreichen. Wenn es soweit ist, werde ich es schnell tun. Kyle. Himmel. Da kloppt quasi der Tod schon an... ...hundert Tür. Mhm. Alter, eine Machhäte. Die hat drei. Und mein Rohr hat auch drei, aber keine Verbesserung mehr. Dann können wir das auch austauschen. Noch mehr Zahnrädchen. Ich hab gedacht, da blinkt nochmal was. Ja, kommt. Noch ist, äh, alles, äh, sure. Hey, ob es hier rausgeht? Kann sein. Aber da kommt man nicht hoch. Vielleicht kommt man auch anders dahin. Ja, schau mal. Hier haben wir noch eine Tür. Lecker! Hast du nichts? Sam! Ja, alles okay. Das war ich. Ich hab ein Sicherheits-Tor ausgelöst oder so. Henry, kriegen wir das hoch. Also, das ist seltsam. Ja, ich weiß. Flicker! Ja! Was? Hey, das Ding bewegt sich nicht. Stand weg. Verschwindet. Sam, du bleibst bei ihm. Henry, wir müssen weg von hier. Pass auf ihn auf! Los! Ich mach gar nicht so wenig. Ich mach' ein Stück oder so an der Vorhang. Ja, jetzt darf ich mich endlich mal wieder bewegen. Ich schaffe das. Ich weiß. Okay, Kleiner. Wir müssen einen Weg hier rausfinden, ja? Grab mal alles weg hier. Okay. Ja, super. Danke, dass du mir dafür... Ich hab' die Schrotze sogar schneller als die Shorty. Hast du gesehen? Bleib hinter mir. Wenn ich renne, rennst du. Ja. Passiert nix. Ich hab' das noch baron, ja? Ich hab' das noch baron, ja? Oh Gott. Zwei, ich sehe. Das ist wohl nur ein Pfeil, ne? Ich weiß. Es geht nur ums Lautlöse. Lautlose. Darum ging's mir. Oh, gut, das ist. Ja. Wer schießen kann, ist klar im Vorteil. Fuck, hab ich mich erschrocken. Ich dachte, ich wär einer. Das hat nicht so geschnürt, wie ich wollte. Das hat nicht so geschnürt, wie ich wollte. Das hat nicht so geschnürt, wie ich wollte.